Es ist eine ziemlich kurze Session. Hilfe! Wir müssten hier raus, wir... Ja! So, mir reicht's jetzt. Ich baue jetzt nach oben. Nein, da ist ein Skeletons-Masse. Aber die nächste Session wird folgen. Boah, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so früh schon sterben. Das darf einfach nicht sein. Ich und Richard haben uns gerade gegenseitig geschlagen. Das war so ein Fail. Warum? Ja, ich wollte das jetzt schlagen, gleich... Ich auch! Ah! Ah! Iiii! Oha! Hast du überlebt ohne Schaden? Folgen meinem Weg nach oben! Ah! Ich will nicht! Oh, ich seh nichts mehr! Ah! Folgen meinem Weg nach oben! Wo ist der Weg nach oben? Warte, bleib hier! Verlass mich nicht! Komm doch mit! Warum stehst du denn da rum? War zur Rüstung. Ich will auch eine Rüstung, das ist unfair. Hast du eiseln dabei? Vier! Vier! Und zwei! Vier! Du rein, krieg dir eine halbe Rüstung. Bus kannst du auf jeden Fall schaffen beide. Konnt ihr jetzt meinen Weg mit hoch? Ja, wir warten, warte mal. Wir warten, ob es 23 Eisen gebraten sind. Ich bin in einem Minenschacht angekommen. Ja, ich seh's. Alter, ich bohre einen Trinkdollnäpfel oder Tränke oder so'n Scheiß. Mann, Leon, wegen dir habe ich jetzt noch mehr Leben verloren. Du brauchst noch sechs, du Glücklicher. Hier sind noch fünf Eisen und drei Brote. Hier ist ein Spinnenspawner. Da kommt eine Spinne! Ah, die hat mich hier angegriffen! Aua! Nein! Lass dich stärken, du wirst bis auf ein halbes Herz runtergehen. Oh Gott! Alter, du hast jetzt noch neugierig gemacht. Scheiß Leben! Ich will ja raus! Oh Gott, du bist komplett Rüstung! Das bringt auch nichts mehr! Ein Hit von jedem und zu, du bist tot! Ich weiß! Gerot essen hilft da auch nichts! Alter, da kommt der Gravel runtergefallen! Ja, das ist gefährlich! Alter! Das ist wirklich gefährlich, wenn du das nicht mehr so'n Scheiß! Wenn du da runter gehst, dann bist du tot! Boah, noch 0,5 Leben! Ey, hier ist Eisen! Das ist doch gerade kackegal, ich will hier raus! Das kann man doch trotzdem mal mitnehmen! Kannst du bitte feilen, wenn es dir dann geht? Leon, du guckst zu, wie du da rauskommst, ne? Was? Ja, wir haben leider den Gang verspürt, sodass sich die Spinnen angreifen, während du die Barrikade zerstören versuchst. Genau! Was? Marcel, fuck! Ich bleib, glaub ich, unten! Und warte, bis man's hell tot ist! Ey, noch mehr Eisen! Ich grab mich gleich selber nach oben! Schaffst du nicht! Oh, sind wir schon bei der Dirt-Schicht? Oder ist das eigentlich nur Dirt unter der Erde? Wie lange hast du das schon? Wir können nicht innerhalb von einer halben Stunde sterben! Können wir schon, siehst du doch! Wir sind wieder oben! Aber wo ist unser Dingens? Hier ist der See, ich glaub den kenn ich! Ich hocke hier immer da unten rum! Was bist du? Ich hocke hier immer da unten rum! Kommt mir sehr bekannt vor hier! Ja, hier ist ein Baum abgebaut! Ja, hallo! Hier runter! Oh! Haben wir bitte genug Eisen, um einen Goldapfel zu machen? Oh, du weißt genau, was ich meine! Wir haben sechs, wir haben sieben Gold! Das reicht nicht! Ein einziges fehlt noch, oder? Ja! Und einen Apfel brauchen wir auch! Ja! Alter, ich sehe euren Namen! Ich bin direkt! Es ist gut, dass ihre Namen sind! Weil ich mich hin muss! Geh mal einen Apfel holen! Ich traue mich nicht! Das ist gut! Alter, die kleinste Schmutz wäre schon! Das ist gut! Wir haben keinen Ausdungelbäume überhaupt Äpfel rausfallen! Ich weiß es gar nicht! Marcel! Was? Da! Die großzügig! Naja! Alter, das Zun hat mich voll erschrocken! Das Zun hat mich voll erschrocken! Was? Okay, nein, aus Dschungel-Sapplings kriegt man glaube ich keine Äpfel, aber hier hinten war Oakwood, genau. Nee, ja, Äpfel. Ja, da kriegt man auch Äpfel raus. Wo bist du denn? Da. So, ich mach mich jetzt wieder auf den Weg nach oben. Teleportieren das Ei, okay. Was? Was? Wo ist es, 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 wo ist es es, wo ist es, wo ist es, wo ich noch was verwenden, ich brauche mir gerade ausarbeiten, das ist bei mir, da ist es bei mir wieder Dschungel, warum? Nein, das ist immer noch hoch! ach stimmt so sind das ist daran dass da auch saplings rauskommt seht ihr meinen namen auch ja ich habe Apfel ja ja und komm nach Hause ich bin auf dem Weg du hast Gold nein hab ich nicht warum dann hol Gold und komm nach Hause vorher bist du vorher begrüßen wir dich nicht als Freund voll ich hab ich in unser Haus reingebaut hallo hauptsache du hast eine volle Rüstung ja klar gib mir deinen Helm und deine Hose dann verschone ich dich und gib mir deinen Brustpanzer hey das ist der Helm, wieder zwei Stücke toll hab Angst ich geh jetzt in die Ecke ich geh Goldfarm nein mach ich brauch was zu essen wie viel Gold haben wir denn? sieben warum haben wir nur sieben? wir brauchen noch einen wenn man jemand mit einem Ei abwirft macht das dann Schaden? äh nur auf die Rüstung äh nur auf die Rüstung hm komm schon komm schon ein Gold geht los geh Gold holen ich kann das nicht mehr okay geh ich jetzt schau mal ein paar Eisen Standpick Gags ich bin für sowas nicht gemacht ja ich bin dafür viel zu alt unter uns ist wahrscheinlich ein riesiges Höhlensystem ach ich hab den Weg ja dahin äh Dingens hingebaut das heißt wir kommen direkt wieder zu unserem Höhlensystem rein ich bin auch mal wieder in der Höhle drin haben wir noch genug zu essen oder ich geh mal ein paar Schweine töten ja genau geh du mal Schweine töten Puh Tag muss die Sonne genau in der Mitte mal so Eisen was? Ben warum hast du die Spielerzahlen nicht auf 3 gemacht? wer ist PinkRideCat? das ist die kleine Schwester von ähm Dominic nice na dann wir müssen tiefer, Houston wetten jetzt kommt gleich auch noch Dominic? ja bestimmt die kleine Schwester wird den jetzt antreifen Dominic warum hat man uns gebannt? Schnauze ja genau das wird Dominic sagen ja also Dominic ist ja das erste und seine Schwester ist das zweite ne das ist ein Hühnchen ich hab mich gesehen du scheiß Hühnchen was? stop stop alter noch rein nur für dich ja dann mach mal hin bin ja dabei hetzt mich nicht sonst kriegste gar kein Gold warum ist Gold eigentlich so scheiße selten? ey Lapis Datsuli Mann was soll ich denn mit Lapis Datsuli du scheiß Spiel? ja dann bist du draußen ich bin ja draußen den Killpahiner oh nett können wir Zuckerrohr gebrauchen? keine Ahnung braucht man das für Regenerationstränke? keine Ahnung ja sie sind ja super informiert mhm äh notfalls gibt es das internet was? was gibt es? das kenn ich noch gar nicht ich auch nicht das ist Neuland für mich hier ist Rosen hier ist Rosen ja hier ist Rosen sieht alles gleich aus wo in diesen verfickten Jungle ist unser Haus? ey sowas sagt man doch nicht doch ich bin jetzt in der Wüste ich bin jetzt in nem Schneebium gib mir Apfel juhu ein Apfel ich hab Gold dann hol doch mal 8 Stück ok ich hab keine Ahnung wo wir wohnen wo wir wohnen direkt darunter ist so ein scheiß Teil mit ganz viel Spinnenzeug hast du denn jetzt ein Gold? ja hab ich gut welche Koordinaten seid ihr? äh 1928 und 1559 40 ich hab 10 nein 10 Eisen und 6 Gold 10 Eisen? ja dann hol mal ach 16 ach halt doch die Fresse geh selber holen nein ich hab nur noch ein halbes Leben glaub das ich ess jetzt erstmal ich ess jetzt erstmal einen Goldapfel nicht tun für mich ist der wichtiger nein doch Achtung wer zuerst in die Hütte kommt kriegt den Goldapfel äh ich komme Goldapfel ich krieg den ob du willst oder nicht ich will ihn er liegt neben er liegt neben der Craftbox ich weiß gar nicht wo ich bin ich weiß gar nicht wo die Base ist ich hau nicht das ist Leon's Namen Leon du entfernst dich gerade jetzt kommst du näher ich bewege mich gar nicht wo bist denn du? da ist Leon wo bist du? ich sneaker da ist gleich wo der Abwild die spawns Leon warte auf